Heute geht es darum, einen Editor zu bauen. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Tutorial. Heute geht es darum, einen Editor zu bauen, beziehungsweise einen Edible-Div zu erschaffen. Damit, also wir werden in diesem Video im Prinzip nur machen, wir haben einen Div-Container, dort markieren wir etwas, machen es fett. Das ist das, was wir heute machen werden. Grundsätzlich könnt ihr damit aber viel, viel mehr machen und das wird euch ziemlich schnell klar werden, wenn wir im Laufe des Videos damit anfangen zu arbeiten. Und zwar kann man damit theoretisch seinen eigenen Text-Editor bauen, beispielsweise. Und ansonsten, wenn ihr Fragen und Probleme habt, wie immer oben in der Videobeschreibung, Discord, schaut vorbei, joint der Community, stellt eure Fragen, kriegt Feedback oder was auch immer. Das lohnt sich auf jeden Fall, also auf jeden Fall mal vorbeigucken. Aber jetzt wollen wir keine weitere Zeit verlieren und legen direkt los. Auf geht's, viel Spaß! So und los geht's mit dem heutigen Video. Heute geht es darum, wie wir einen sogenannten Rich-Text-Editor oder ein What-You-See-Is-What-You-Get-Editor bauen können. Und das Ganze ist ziemlich einfach. Wir haben hier schon eine Index-HTML, hier oben eine Min.sus und hier hinten eine Function.js. Mit diesen drei Dateien werden wir heute arbeiten. Grundsätzlich, wie meine Entwicklungsumgebung aufgebaut ist, wie man aus SAS CSS-Dateien macht, wie man aus JavaScript ES6 bzw. ES5 2015 blablabla normale JavaScript-Dateien macht, das alles findet ihr im Video. Das ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Das heißt IDE-Editor irgendwas, Demo-Erklärung. Dort erkläre ich, wie mein Editor funktioniert. Grundsätzlich, ansonsten werde ich jetzt einfach weitermachen mit dem HTML-Part. Hier haben wir einen Div-Container. Dieser Div-Container hat die Klasse Editor. Hier haben wir einen weiteren Div-Container mit der Klasse EditorMenüBar. Da sind diese kleinen Buttons hier oben drin. Diese Buttons haben jeweils eine Klasse EditorButton und ein Data-Attribut, also im Prinzip Data und dann das Attribut heißt Attribut, weil mir nichts Besseres eingefallen ist. Und hat hier jeweils Bold, Italic, Underline, Justify, Left, Justify, Center. Beziehungsweise Center wollen wir nicht, wir wollen eigentlich Right. So, weil hier steht Right. Und hier habe ich jeweils das, was drin steht, auch daneben geschrieben. Das ist im Prinzip die Beschriftung. Hier drunter haben wir dann einen, ja, einen normalen Div-Container. Aber nicht ganz normal, weil hier kommt das erste Entscheidende ins Spiel. Und zwar haben wir hier einen Content-Addable-Tag. Das ermöglicht es uns, in dem Div-Container Sachen zu schreiben. Beispielsweise schreibe ich jetzt hier einfach mal Hallo rein. Speichere das Ganze ab. Wir sehen jetzt, hier oben ist Hallo erschienen. Wenn ich hier reinklicke, seht ihr, ich kann hier drin auf einmal schreiben. Und wenn ich das untersuche, ist es einfach kein, ups, das ist nicht richtig, das sollte schön hier unten sein, ist es kein, ja, Input-Feld oder irgendetwas, sondern ihr seht, das, wo das drin steht, ist dieser Div-Container. Das heißt, wir können jetzt in einem ganz normalen Div-Container Sachen schreiben. Und das ist auch genau das, was wir heute machen werden. Hier brauchen wir jetzt erstmal nichts weiter drin zu haben. Das speichern wir jetzt ab. Fertig. Aber jetzt machen wir erstmal alles schön, würde ich sagen. Das geht mir relativ simpel. Hier habe ich zwei Variablen verlinkt aus SAS. Das sind im Prinzip meine beiden CI-Farben, die ich an jedem Video verwende. Und als erstes fügen wir uns hier einfach mal den Body-Tag hinzu mit ein paar Attributen. Margin-Padding hat standardmäßig hat der Body-Dust, deswegen setze ich das auf 0. Hide-Wiz einfach auf 100%, damit der Hintergrund über die komplette Größe geht. Außerdem setze ich die Font-Size auf 10 Pixel. Das hat den Grund, dass ich mit RAM arbeite und so ein RAM 10 Pixel sind, beziehungsweise 0,1 RAM ist 1 Pixel. Und ich setze das Ganze mit Display-Flags, Column, das ist irgendwie falsch geschrieben, Column, so, Justify-Content und Align-Items, auch beide auf Center, sodass alle Elemente in der Mitte zentriert sind. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, sieht man das auch schon, zack, alles ist in der Mitte zentriert, der Hintergrund ist dunkel geworden und passt jetzt zum CI. Das nächste ist, wir wollen diese Buttons ein bisschen verschönern. Dafür erschaffen wir uns in unserem Body-Tag ein weiteres Element, nämlich einmal den Editor-Menübar, den Div-Container, der alle Buttons umfasst. Diesem geben wir wieder einen Flex, aber diesmal sagen wir, wir wollen alle Links ausrichten und wir wollen alle in einer Reihe ausrichten. Wenn ich das Ganze speichere, passiert erstmal nicht viel, weil die sich eigentlich nicht sonderlich verändern. Das nächste, was wir machen, ist, wir fügen jetzt unseren Buttons mal einen kleinen Style hinzu. Und zwar mache ich das einfach so, und zwar sage ich Buttons, Background ist orange, beziehungsweise Background-Color wollen wir nicht orange, machen das mal wieder raus. Die Farbe soll allerdings weiß bleiben, wobei die müssen wir auch rausschmeißen. Die Farbe soll weiß bleiben, die Font-Size soll auf 20 Pixel gesetzt werden, Padding von 10 Pixeln. Hintergrund wird so ein ganz schwacher Weißton. Wenn man da drüber geht, wird es halt zu einem Pointer, Transition ist 250 Millisekunden auf alles und Border non, weil Buttons haben standardmäßig eine Border. Die müssen wir wegmachen, sonst sieht es scheiß aus. Das Ganze speichern wir ab und zack, ihr seht schon, das Ganze hat sich hier wunderbar angepasst. Wir haben jetzt hier Buttons, auf die wir klicken können, aber das sieht so noch nicht wirklich gut aus. Und warum sieht das nicht wirklich gut aus? Weil wir da keinen Hover-Effekt drauf haben. Das machen wir jetzt als nächstes, und zwar sagen wir, wir haben einen Hover-Effekt. Wenn wir da drüber gehen, soll die Hintergrundfarbe orange werden und wir sagen, die Schriftfarbe soll weiß bleiben, wobei die ist weiß, also können wir das rauslöschen. Wenn ich jetzt hier drüber gehe, sehen wir, okay, es funktioniert. Wenn ich hier klicke, haben wir hier aber noch so einen hässlichen blauen Rahmen. Den müssen wir ebenfalls wegmachen. Das geht ebenfalls mit einem Pseudo-Element, nämlich mit Fokus. Und hier sagen wir Outline, None. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere und hier klicke, sehen wir, der blaue Rahmen ist weg. Jetzt haben wir natürlich alle Elemente gestylt, bis auf unseren Editor. Hier haben wir die Klasse Content Canvas und deswegen kopiere ich mir das einmal kurz rüber. Und sage, ups, so, das ist dann zugefügt. Und sage hier einfach, die Hintergrundfarbe ist noch ein viel schwächerer Weißton. Die Weide ist 80%. Die Höhe ist 300 Pixel. Padding ist 20 Pixel. Font Size ist 1.2 Rem. Das machen wir mal ein bisschen größer. Und auch hier oben, das machen wir mal ein bisschen größer, dass ihr das besser sehen könnt. Von Family sagen wir einfach das Areal und Schrift. Die Linehöhe machen wir ein bisschen größer, wobei das finde ich jetzt schon sehr groß. Das sollten wir vielleicht ein bisschen, machen wir das mal auf 2.5 und das lassen wir mal hier oben auf 2. So, jetzt haben wir hier drin, jetzt sagen wir das, machen wir noch auf 100%. So, passt doch, funktioniert. So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall einfach Text, den wir hier reinschreiben können. Und wir haben jetzt hier immer noch so einen blauen Rahmen, den müssen wir ebenfalls wieder einfach wegmachen, indem wir sagen, Content Canvas Focus, Outline None. Zack, so haben wir jetzt keinen Rahmen mehr, haben hier Text, den wir hier reinschreiben können, den wir hier reinklicken. Und wir können jetzt theoretisch einfach loslegen. Aber wie zum Teufel kriegen wir es jetzt hin, wenn wir hier irgendwas reinschreiben? Zum Beispiel, ich möchte etwas unterstreichen. So, wir wollen das jetzt, machen wir mal nicht auf 300, machen wir mal 300 Rem. Speicheln wir ab, zack, so rutscht das nämlich runter. So, ich möchte etwas unterstreichen. Das ist jetzt unser Tag. Wenn wir hier draufklicken, soll etwas passieren. Aber wie können wir das schaffen? Jetzt denkt man natürlich, das Ganze ist wahrscheinlich nicht so leicht, das hinzukriegen, ist wahrscheinlich ein bisschen aufwendiger. Aber eigentlich, wenn man ehrlich ist, nein, ist nicht wirklich aufwendig. Was heißt, als erstes definieren wir uns einen Button. Beziehungsweise definieren wir uns nicht nur einen Button, sondern wir haben hier eine ganze Vielzahl, also sagen wir Editor Buttons. Das nächste, was wir machen, ist, wir sagen, okay, wir wollen uns diese Buttons jetzt einfach definieren über Document, GetElementByClassName, und zwar Editor Buttons. Damit haben wir ein Array aus diesen fünf Buttons erstellt. Das nächste, was wir machen, ist, wir müssen uns natürlich auch unseren Canvas definieren, weil da wollen wir später unseren Effekt überhaupt anwenden. Was heißt, wir sagen, wir machen eine neue Variable, nämlich ConstEditorCanvas, und sagen hier ebenfalls ById, definieren wir uns den jetzt. Ups, hier ist gleich vergessen. Und sagen ByIdCanvas, definieren wir uns den Canvas und haben jetzt unsere beiden Basisbestandteile erstellt. Das nächste, was wir machen, ist, wir brauchen eine Funktion. Diese Funktion sagen wir einfach mit setAttribute, und das ist in unserem Fall einfach eine Funktion, eine Arrow-Funktion aus JavaScript ES6, und sagen hier jetzt, okay, wir haben ein Element, was wir übergeben wollen. Wenn man es richtig schreiben würde, natürlich. Was heißt, wir übergeben ein Element an diese Funktion, und dieses Element soll natürlich dann verändert werden. In unserem Fall sagen wir erstmal console.log, und zwar dieses Element, was wir oben definiert haben. Hier fehlt ein Semikolon. Und jetzt müssen wir natürlich noch irgendwie dafür sorgen, dass etwas passiert, wenn wir hier auch draufklicken, weil wenn wir jetzt das Ganze untersuchen, die Konsole öffnen, dann sehen wir, dass hier eigentlich nichts passiert. Und das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Deswegen müssen wir uns jetzt als erstes eine Vorschleife erstellen. Und diese Vorschleife ist ganz einfach. Die macht im Prinzip nicht sonderlich viel, außer sie definiert eine Variable, sagt dann hier, solange die Variable kleiner ist als die Anzahl unserer Editor-Buttons, die wir hier oben definiert haben, dann soll die durchlaufen. Und wenn sie einmal durchläuft, dann soll etwas passieren, und zwar soll sie unser, das Element nehmen, was sie gerade hat, also beispielsweise am ersten durchläuft das Bold-Element, und soll diesem eine Funktion, beziehungsweise einen Event-Listen hinzufügen. Dieser Event-Listen hat natürlich ein Attribut, und zwar Click. Das heißt, in dem Moment, wo wir draufklicken, soll etwas passieren. Jetzt sagen wir Function, Klammer auf, Klammer zu, und geschweifte Klammer auf, Klammer zu, zack. Und sagen hier, console.log, beziehungsweise müssen wir ja gar nicht, sondern wir sagen direkt, wir wollen das Z-Attribute nutzen mit this. Das heißt, wir übergeben jetzt an unsere Funktion, hier fehlt ein Semikolon, oder auch nicht, was habe ich falsch gemacht? Naja, sollte auf jeden Fall funktionieren. Und zwar haben wir jetzt hier einfach unsere Variable auf den Button, auf den wir gerade klicken, das wird an unsere Funktion hier übergeben. Das heißt, wenn ich das Ganze abspeiche und hier draufklicke, dann sehen wir, wir haben jetzt den Button Italic. Aber wir brauchen ja gar nicht den ganzen Button Italic, sondern wir brauchen im Prinzip eigentlich nur das Data-Attribut, was wir hier definiert haben. Und das nehmen wir uns jetzt ganz einfach, und zwar sagen wir hier oben, statt Elements sagen wir jetzt Punkt, Data, Set, Punkt, und jetzt sagen wir einfach Attribute, beziehungsweise was auch immer ihr da einen Namen verteilt und sagen hier, ah, das wollen wir nicht, machen wir das später. Speichern das Ganze ab, klicken hier drauf und sagen, und kriegen jetzt wunderbar hier die Ausgaben, auf welchen Button wir auch immer geklickt haben. Das, was wir auch wollen. Aber was, also wie zum Teufel kann ich es jetzt machen, dass wenn ich hier Text habe, das markiere und hier draufdrücke, dass dieser markierte Text, ja, bold wird. Und das ist so unfassbar leicht, dass es eigentlich irgendwie schon dumm ist, das zu machen. Und zwar sagen wir einfach nur hier Document, dann EXEC und Command. Das ist eine Funktion. Diese Funktion ist unten in der Videobeschreibung verlinkt, und zwar kann die eine ganze Menge. In unserem Fall sagen wir jetzt hier hinter einfach nur noch False, speichern das Ganze ab, schreiben hier jetzt Hallo rein, markieren uns Hallo und sagen, wir wollen das Ganze unterstreichen, und es wurde unterstrichen. Diese Funktion ist unfassbar mächtig. Und als ich sie damals das erste Mal entdeckt habe vor einigen Jahren, als ich nämlich Kommentare mit einem Rich-Editor erschaffen wollte in WordPress, war das Ganze irgendwie wie eine Offenbarung für mich. Und deswegen schaut einfach auf den Link in der Videobeschreibung, dort findet ihr alles, was ihr damit machen könnt. Weil diese fünf Sachen hier oben, wenn ich das jetzt markiere und sage, right, dann rutscht nach rechts, wenn ich Italic mache, wird es Italic, wenn ich Bold mache, wird es Bold. Das sind alles nur die banalen Anfänge. Ihr könnt auch sowas machen wie vorgefertigte Layouts definieren, Farben vergeben und alles Mögliche damit machen. Es ist wirklich unfassbar mächtig, und ihr seht, wie einfach wir gerade einen Rich-Editor in what you see is what you get editor gebaut haben. Also versucht es selbst, und ansonsten bis bald. So, das war's wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, unten in der Videobeschreibung findet ihr Links zu Discord, Facebook, Twitter, Instagram und so weiter. Ansonsten, wenn ihr diesen Stand unterstützen möchtet, findet ihr dort auch einen Link zu Patron. Patron ist eine Seite, wo ihr als Gegenleistung für eine kleine Unterstützung im Prinzip die Videos eher seht. Ihr kriegt einen zusätzlichen Rang auf dem Discord-Community-Server, ihr kriegt dort auch Zugang zu einem extra Raum, und ihr kriegt auch zusätzliche Inhalte, wie beispielsweise kleine Short-Videos mit kleinen nützlichen Tipps. Und ja, ich würde mich freuen, wenn da der ein oder andere vorbeischaut. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao!